In einer kleinen Stadt lebte ein fröhliches Mädchen namens Luna. Mit ihren großen braunen Augen verzauberte sie alle im Sturm. Luna war ein aufgewecktes Kind, voller Abenteuerlust und Fantasie. Eines Nachts träumte Luna einen unglaublich tollen Traum. Sie träumte davon, eine Astronautin zu sein, die zu fremden Galaxien reist. In ihrem Traum saß sie in einem Raumschiff, umgeben von blinkenden Lichtern und Anzeigen. Sie sah Sterne und Planeten in allen Farben des Regenbogens, die an ihr vorbeizogen. Plötzlich landete ihr Raumschiff auf einem pinkfarbenen Planeten. Der Planet war aus Zuckerwatte und voller lustiger Bewohner, die Pizuwa genannt wurden. Die Pizuwa waren kleine, runde Wesen mit großen Augen und langen Armen. Sie hatten lustige Stimmen und sprangen fröhlich durch die Gegend. Luna freundete sich schnell mit den Pizuwa an. Sie spielten zusammen, lachten und tanzten. Die Pizuwa zeigten Luna ihren Planeten und all die Wunder, die er barg. Sie sprangen durch die Zuckerwattewolken, rutschten auf dem glitzernden Rutschen und badeten in einem See aus Schokolade. Luna lernte auch die Sprache der Pizuwa und konnte sich bald mit ihnen unterhalten. Sie erfuhr, dass die Pizuwa ein friedliches Volk waren, das in Harmonie mit der Natur lebte. Sie hatten keine Technologie und kannten keine Kriege. Luna war fasziniert von der Lebensweise der Pizuwa. Sie lernte viel von ihnen über die Einfachheit des Lebens und die Wichtigkeit von Freundschaft und Zusammenhalt. Nach einigen Tagen auf dem pinkfarbenen Planeten war es Zeit für Luna, Abschied zu nehmen. Sie war traurig, ihre neuen Freunde zu verlassen, aber sie wusste, dass sie sie nie vergessen würde. Die Pizuwa brachten Luna zu ihrem Raumschiff und verabschiedeten sich mit einem Lied. Luna winkte ihnen noch lange zu, bis sie im All verschwanden. Als Luna aufwachte, war sie voller Freude und Dankbarkeit. Sie hatte einen unglaublichen Traum erlebt, der ihr Leben verändern sollte. Von diesem Tag an träumte Luna jede Nacht von neuen Abenteuern im All. Sie träumte davon, neue Planeten zu entdecken, neue Freunde zu finden und die Geheimnisse des Universums zu lüften. Luna wusste, dass sie eines Tages ihren Traum Wirklichkeit werden lassen würde. Sie würde Astronautin werden und zu den Sternen reisen. Am nächsten Morgen erzählte Luna ihren Eltern und Geschwistern alles über ihren Traum. Ihre Familie staunte nicht schlecht über Lunas Abenteuer und ihre Fantasie. Wow, Luna, das war ja ein unglaublicher Traum, sagte ihre Mutter. Ich bin so stolz auf dich. Ja, und ich finde es toll, dass du so mutig bist und deine Träume verfolgst, sagte ihr Vater. Lunas Geschwister waren ebenfalls begeistert von ihrem Traum. Sie wollten unbedingt mehr über die Pizuwa und den pinkfarbenen Planeten erfahren. Luna erzählte ihnen alles, was sie sich noch erinnern konnte. Sie beschrieb ihnen die Pizuwa, die Zuckerwattewolken und den Schokoladensee. Ihre Geschwister hörten mit großen Augen zu und konnten es kaum erwarten, selbst einmal solche Abenteuer zu erleben. Von diesem Tag an war Luna fest entschlossen, ihren Traum zu verwirklichen. Sie lernte fleißig in der Schule und machte eine Ausbildung zur Astronautin. Viele Jahre später war es endlich soweit. Luna stand an Bord eines Raumschiffs und war bereit, zu den Sternen zu fliegen. Sie dachte an ihren Traum vom pinkfarbenen Planeten und die Pizuwa. Sie wusste, dass sie sie eines Tages wiedersehen würde. Luna flog zu vielen verschiedenen Planeten und erlebte viele Abenteuer. Sie traf neue Freunde und lernte viel über das Universum. Eines Tages entdeckte Luna einen neuen Planeten. Er war pinkfarben und aus Zuckerwatte. Luna wusste sofort, dass es der Planet der Pizuwa war. Luna landete auf dem Planeten und wurde von den Pizuwa mit offenen Armen empfangen. Sie hatten sie nie vergessen. Luna und die Pizuwa feierten ein großes Wiedersehen. Sie spielten zusammen, lachten und tanzten. Luna wusste, dass sie ihren Platz im Universum gefunden hatte. Möchtest du noch tolle Geschichten aus der Welt des Geschichtenboot? Du fandest dieses Video interessant? Dann freuen wir uns über deinen Daumen hoch, Peek oder ein Teilen des Videos. Abonniere diesen Kanal at Geschichtenboot oder schaue dir die weiteren Videos an. Vehikelű Benày-karrigie